Hallo ihr Lieben, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr mir dabei zusehen. Das Skizzenbuch ist fertig. Ich habe ja über 50 kleine Bilder reingemalt und es ging eigentlich ruckzuck. Also das Buch habe ich im Januar begonnen und jetzt im April fertig gemacht. Und es war richtig, richtig toll. Es hat so Spaß gemacht, einfach die Energie fließen zu lassen und zu sehen, was da draus wird. Ganz ohne Druck, ganz entspannt. Das ist eigentlich das Schöne an dem Ganzen. Immer im Vorbeigehen ein paar Farben drauf machen und dann später, wenn alles sehr gut getrocknet ist, einfach das Ausarbeiten, was einem in die Finger läuft. Das entspannt und ist einfach nur, ja, verschiedene Künstler sagen Farbenessen dazu. Und ich finde den Ausdruck Farbenessen so richtig toll, weil genau das trifft Farbenessen. Für mich sind Farben einfach nur gigantisch und toll. Und die gehören dazu und ich könnte es mir gar nicht ohne vorstellen. Ja, unmöglich. Ja, ihr werdet sehen, ich gehe jedes einzelne durch. Ich sage gar nicht viel dazu. Ich lasse es nur etwas wirken und habt viel Freude beim Zusehen. Und über einen Daumen hoch, ein Abo oder einen netten Kommentar von euch, freue ich mich immer ganz sehr. Ja, und schon kann es losgehen. Viel Spaß beim Zusehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020